Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Yannick Brün und dieses Video ist der bereits 16. Teil unseres GameMaker Studio 2 Crashkurses. In den letzten zwei Videos haben wir die Arrays kennengelernt und das war ja auch ein sehr spannendes Thema. Allerdings haben wir jetzt auch schon wirklich viele Sprachfeatures von GML kennengelernt und wir wollen jetzt einfach mal unsere Möglichkeiten, die wir mit dem GameMaker haben, um ein Vielfaches erweitern. Und deswegen gucken wir uns in diesem Video mal Funktionen an. Funktionen sind, wie der Name es eigentlich schon sagt, vorprogrammierte Funktionalitäten, die wir für unsere Spiele nutzen können und die sind schon in dem GameMaker, also in der GameMaker-Language eingebaut. Und da gibt es wirklich tausende von Funktionen und die basieren eigentlich alle so ziemlich auf dem gleichen Prinzip. Eine Funktion ist sozusagen vorgeschriebener Code, den wir selber benutzen können und diesen Code können wir über den Funktionsname immer und immer wieder aufrufen. Und ich zeige dir mal ein ganz kleines Beispiel. Wir gehen mal wieder in unser obj.gml rein und dann auf das Create Event. So, da habe ich die Überschrift vergessen. So, es geht um Funktionen und eine Funktion haben wir schon die ganze Zeit benutzt und zwar die sogenannte Show-Message-Funktion. Du siehst schon, Show-Message wird auch hervorgehoben. Ich mache hier mal einen Text rein. Show-Message wird auch hervorgehoben farblich und das zeigt uns dann schon, dass es sich hierbei um eine Funktion handelt. Ich habe hier aus Versehen einen Doppelpunkt gesetzt. Und ja, das ist im Grunde eine Funktion. Show-Message ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass wir den Text, den wir ihr als Parameter übergeben zwischen diesen zwei Klammern, in einer Textbox ausgibt. Das heißt, wir persönlich müssen uns nicht um die Programmierung dieser Textbox kümmern, sondern Show-Message macht das alles für uns und wir müssen einfach nur sagen, was in der Textbox denn ausgegeben werden soll. In diesem Fall wäre es Text. Wenn wir das Programm starten, dann wissen wir ja, was passiert. Es wird einfach Text in dieser Textbox ausgegeben. Und das sind im Grunde Funktionen. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von solchen Funktionen. Es gibt Funktionen ohne Rückgabewert und es gibt Funktionen mit Rückgabewert. Und diese zwei Funktionen Arten möchte ich dir in diesem Video mal zeigen. Zuerst einmal Funktionen ohne Rückgabewert. Eine Funktion ohne Rückgabewert ist sowas wie Show-Message. Das ist eine ganz einfache Funktion, der wir einfach irgendwie ein paar Parameter übergeben und die macht dann mit diesen Parametern, die wir hier zwischen den zwei Klammern übergeben haben, irgendwas im Funktionskörper. Was die macht im Inneren, das soll uns eigentlich egal sein. Also wie die es macht, die Funktion. Wir wollen einfach nur, dass im Endeffekt dann ein gewünschtes Ergebnis daraus resultiert, wie zum Beispiel das Anzeigen einer Textbox. Und ja, mehr machen die dann eigentlich auch nicht. Zum Beispiel diese Show-Message-Funktion gehört zu den Funktionen ohne Rückgabewert, denn es wird kein Ergebnis aus dieser Funktion zurückgegeben, das man dann weiterhin benutzen kann. Es werden keine Werte verändert, die dann wieder von der Funktion zurückgegeben werden, sondern es wird einfach nur gesagt, hier gib mal zum Beispiel eine Textbox aus. Ganz einfache Sache. Deswegen ist die Show-Message-Funktion zum Beispiel eine Funktion ohne Rückgabewert, denn da kommt nichts zurück. Es wird einfach irgendwas gemacht. Ich klicke mal auf diese Show-Message-Funktion mit der mittleren Maustaste. Okay, meine mittlere Maustaste will nicht. Okay, jetzt funktioniert es. Und dann sehen wir die Documentation-Seite von dieser Funktion. Das können wir mit jeder beliebigen Funktion machen. Wenn wir mit der mittleren Maustaste im Code-Editor draufklicken, dann öffnet sich die Hilfe-Datei und wir sehen direkt das Fenster von dieser Funktion, also die Seite von dieser Funktion. Und da wird die dann wirklich mit einer Beschreibung hier erklärt. Das ist allerdings auf Englisch. Dann wird die Syntax hier erklärt, wie man das Ganze anwenden kann. Hier werden die Argumente noch erklärt, die man dieser Funktion übergeben kann, wie zum Beispiel hier bei der Show-Message-Funktion. Hier so ein Text, so ein String, den man übergeben muss, der dann ausgegeben wird. Hier steht es dann auch schon. Hier steht Argument String. Und dann steht daneben noch die Beschreibung. The String to show in the Pop-Up Message. Das ist also einfach der Text, der in der Pop-Up-Box dann angezeigt werden soll. Hier steht dann noch Returns. Na bedeutet nichts. Es wird nichts zurückgegeben, denn Show-Message ist eine Funktion ohne Rückgabewert. Und unten sehen wir dann tatsächlich noch ein Code-Beispiel, das wir so übernehmen könnten, um einfach zu sehen, wie diese Funktion angewendet werden kann. So, ich schließe jetzt nochmal dieses Hilfe-Fenster, denn ich denke mal, das ist soweit begriffen, dass man mit der mittleren Maustaste ein Hilfe-Fenster öffnen kann für eine spezifische Funktion. Aber man kann diese Hilfe natürlich noch anderweitig aufrufen. Die Hilfe-Datei enthält eine Seite für jede einzelne Funktion von der GameMaker-Language. Also jede einzelne Funktion, die wir hier nutzen können, wie zum Beispiel diese Show-Message-Funktion, hat einen eigenen Eintrag in dieser Dokumentation. Und diese Dokumentation können wir auch so mal öffnen, ohne eine spezifische Seite schon offen zu haben. Wir klicken einfach hier auf dieses Fragezeichen oder halt die F1-Taste. Und dann öffnet sich die Documentation. So, hier sehen wir an der Seite die Navigation. Wir können hier über einen Index verschiedene Begriffe suchen und dann Funktionsnamen tatsächlich hier so selber suchen, wenn wir irgendwas Spezifisches suchen. Dann haben wir hier noch unter Contents so ein richtiges Inhaltsverzeichnis mit Büchern, die man öffnen kann. Unter Scripting geht es dann zu den Funktionen und dann auf GML Reference. Da sehen wir dann die verschiedensten Arten von Funktionen, die es in der GameMaker-Language gibt. Und hier auf der rechten Seite bzw. in dem großen Fenster sehen wir dann auch die verschiedenen Inhalte von den Seiten, die wir geöffnet haben. Hier ist es die ganz normale Startseite. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn wir auf Index gehen und hier zum Beispiel Show Message eingeben, dann wird uns hier unten schon Show Message angezeigt. Und wenn ich dann draufklicke und auf Display klicke, dann wird uns wieder diese Show Message Hilfe-Datei angezeigt. So, das war jetzt eine Funktion ohne Rückgabewert. Ich denke, das Ganze ist klar. Eine Funktion ohne Rückgabewert, die gibt es natürlich noch zuhauf. Andere als Show Message. Und ja, da kann man einfach mal selber hier gucken, was es da so alles gibt in dieser Scripting. Und dann GML Reference-Datei. Da gibt es ja dann die verschiedensten Unterordner über Audio-Funktionen, Kamera-Funktionen, verschiedene mathematische Funktionen und so weiter, Networking, Movement and Collision. Da ist wirklich alles mit dabei. Und da sollte jeder Entwickler auch wirklich wissen, dass er da eine große Ansammlung an Wissen hat, die er nutzen kann. Und ja, das war es jetzt erstmal damit. Jetzt wollen wir uns mal die Funktionen mit Rückgabewert angucken. Eine Funktion mit Rückgabewert, ich mache mal die anderen weg. Eine Funktion mit Rückgabewert ist im Grunde dasselbe wie eine Funktion ohne Rückgabewert, mit dem einfachen Unterschied, dass halt was rauskommt. Ein Ergebnis kommt raus. Und ein Beispiel für so eine Funktion mit Rückgabewert wäre beispielsweise die Funktion random. So, random. Wenn ich mal mit der mittleren Maustaste draufklicke, dann sehen wir schon die Beschreibung. Und hier steht als Beschreibung returns a random real number between 0 and n. Und wir sehen hier schon, n ist das Argument, das wir dieser Funktion übergeben können. Und ein gutes Stichwort ist hier auch returns, denn diese Funktion gibt etwas zurück. Und zwar eine real number, also eine Zahl wird hier zurückgegeben. Das steht hier auch nochmal unter den Argumenten, unter dieser Parameterliste. Das heißt, wir können dieser Funktion jetzt hier eine Zahl mitgeben, zum Beispiel 10. Und jetzt wird aus dieser Funktion ein Wert rauskommen, der zwischen 0 und 10 ist. Ein zufällig generierter Wert. Und diesen zufällig generierten Wert, den speichere ich mal in der Variable Zahl. Und das hier ist tatsächlich eine funktionierende Zuweisung, denn random 10 wäre dasselbe, wie wenn ich diese Zahl jetzt so nochmal schreiben würde. Denn diese Zahl kommt ja aus dieser Funktion raus und wird dann dieser Variable Zahl zugewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt showMessage schreibe und Zahl ausgebe, dann kommt hier tatsächlich eine Zahl raus. Zwischen 0 und 10. Und die Zahl ist 8,04. So, du siehst also, das ist das, was eine Funktion mit Rückgabewert macht. Eine Funktion mit Rückgabewert gibt einfach etwas zurück. Eine Zahl. Während showMessage nichts zurückgibt, also einfach nur eine Textbox ausgibt, kann zum Beispiel ein random eine Zahl zurückgeben, die wir dann zum Beispiel in einer Variable wie dieser Variable Zahl hier speichern können. Wir können auch etwas sehr interessantes machen. Wir können hier dieser showMessage Funktion als Parameter random 10 zum Beispiel übergeben. Das wäre im Grunde das allergleiche, denn wir rufen diese showMessage Funktion auf. Dann guckt diese showMessage Funktion, was wurde mir als Parameter übergeben. Dann wird diese random Funktion aufgerufen, die wir als Parameter übergeben haben. Und da kommt dann natürlich der Wert raus. Das heißt, der Wert, der hier rauskommt, wurde dieser showMessage Funktion gegeben. So, geben wir das mal aus. Dann sehen wir, dass das auch funktioniert. Und wir sehen, hier kommt wieder 8,04 raus. Das ist also sehr interessant. Eine Sache noch zu den random Funktionen. Wenn ihr die benutzt und beim Testspielen immer andere Werte haben wollt, also wirklich zufällige Werte, dann müsst ihr davor noch randomize aufrufen. Das sorgt dafür, dass immer ein zufälliger Seed generiert wird. So, wenn ich das jetzt starte, dann kommt nicht mehr 8,04 raus, sondern 8,60. So, okay, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, du hast das Ganze mehr oder weniger verstanden. Funktionen sind im Grunde vorprogrammierte Dinge, die wir nutzen können in unseren eigenen Projekten. Und es gibt Funktionen mit Rückgabewert und ohne. Die Funktionen ohne Rückgabewert, die geben einfach nichts raus. Da kommt kein Wert raus, sondern die machen einfach irgendwas und es war's. Und die Funktionen mit Rückgabewert, die geben tatsächlich eine Zahl zum Beispiel zurück, ein Ergebnis zurück, das dann weiterhin im Programm noch genutzt werden kann. In diesem Sinne war es das dann wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, dann würde uns das auch sehr freuen. Denn so wächst dieser Kanal und du hast immer die neuesten Videos in deiner Abo-Box. Okay, das war es dann wieder. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.